Oh mein Gott, Alter. Vom eigenen Vater distanziert. Wenn der eigene Vater aber nochmal das Wort erhebt... Theo Stratmann droht mir mit Abmahnung. What? Heute soll es um unseren prolligen Privatjet-Papst Theo gehen. Und ich habe ein bisschen Kritik an STRG F zu veräußern. Wer Theo Stratmann ist, kann ich mir, glaube ich, schenken, hier zu erklären. Den sollte mittlerweile jeder kennen. Was euch heute erwartet, ist auf jeden Fall leichte Kost, um nicht zu sagen, mehr wert wo. Ey, es ist ja so viel passiert seit meinem letzten Video über ihn. Er wurde ungefähr 25 Mal auf die verschiedensten Arten Hops genommen. Unter anderem von seinem eigenen Vater, worum es gleich kurz gehen soll. Dann gab es noch Stänkereien anderen YouTubern gegenüber. Ich habe auch drei Audios bekommen, die ich dann jetzt anderthalb Monate später mal abgehört habe. Er hat mich auf jeden Fall beleidigt und mit einer Abmahnung bedroht. Was für mich natürlich Anlass genug ist, noch ein Video drüber zu machen. Fangen wir mit einer vielgestellten Frage an. Warum redet man überhaupt über Theo? Ich mache das aus zwei Gründen. Erstens, er ist jetzt sowieso da. Durch die Steuerung F-Reportage hat er ja genügend Reichweite bekommen. Wäre das jetzt nur so stumpfes Rumprovozieren, ohne Sinn. Ein bisschen haha, hihi. Ja, okay, juckt halt nicht. Da er sein superreichen Auftreten, das durch Steuerung F bestärkt wurde, mit einem Businessmodell koppelt, E-Commerce und dieses Jawollja rumgetröte, ist das schon eine Angelegenheit, die sich eher zu besprechen wohnt. Und der zweite Grund ist etwas stumpferer Natur. Alter, es kommt übelgut an und interessiert euch. Ich brauche hier nicht so zu tun, als wäre das rein altruistisch von mir. Überhaupt nicht. Die Klicks schmecken halt einfach wirklich gut. Und? Ich mag Moneten. So transparent kann man ja mal sein. Somit wäre die Frage vom Tisch schätze ich. Theo ist irgendwie zu so einer YouTube-Reality-Show-Karikatur geworden. Reality-Shows sind so eine Welt, bei der du einfach nicht dabei sein willst. Außer du bist 40 und guckst leidenschaftlich Pomis unter Palmen. Aber die Leute sind hier ganz woanders. Ich beziehe mich auf die Recherchen und das Video von Business Insider Deutschland. Christian Lindner kracht übrigens die Latte unter den Tisch, wenn er den Namen hört. Business Insider stellt die Frage auf, was ist, wenn Theo Stratmann gar nicht super reich ist, sondern einfach nur super provokant. Und genau wegen eben dieser provokanten A dafür die STRG-F-Reportage ausgewählt wurde, weil das einfach eine wunderbare Aufhänger zum Ubragen ist. Das ist wohl eine Frage, die wir uns alle gestellt haben. Ja gut, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat es sich keiner gefragt. Ist aber auch egal. Jedenfalls wurde im Zuge der Lösung dieser Frage sein Vater interviewt und der hat einige interessante Sachen zum Besten gegeben, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Sein Vater Lutz Stratmann war von 2003 bis 2010 Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen. Mittlerweile arbeitet er aber wieder als Anwalt. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Politiker Juristen sind? Ist eine Handvoll, könnte man meinen, ne? Zum angeblichen Reichtum seines Sohnemanns sagt Lutz Stratmann folgendes. Mir ist es ein Rätsel, woher Theo das Geld für seinen angeblich so luxuriösen Lebensstil haben will. Aua, das war ein Tritt in die Polofratze. Es ist halt die eine Sache, wenn YouTuber im Internet einen Verdacht äußern und gute Indizien vorweisen, die den Schluss zulassen, dass Theo vielleicht doch gar nicht so reich ist. Das Verhalten, das Theo öffentlich zeigt, ist mit meinen Werten nicht vereinbar, Bruder. Vom eigenen Vater distanziert. Wenn der eigene Vater aber nochmal das Wort erhebt und erhebliche Zweifel daran äußert, ist das natürlich nochmal ein bisschen gewichtiger. Er wird das wohl ein bisschen besser einschätzen können. Theos Business wurde ja bereits von einigen YouTubern unter die Lupe genommen und dabei kann man immer wieder zum Schluss, Na, sieht jetzt nicht so nach einer doll laufenden Angelegenheit aus. Deswegen haben viele die Option in den Raum gestellt, dass er sich vielleicht einfach in ein gemachtes Nest gesetzt hat und seine Familie superreich ist, während Theo so tut, als wäre das alles sein Verdienst und er sich als großer Macher inszeniert. Er misst ja wirklich keine Gelegenheit, uns unter die Nase zu reiben, was er schon alles so in seinem Leben erreicht hat. Das war so ziemlich die einzige Option, die ich eventuell eingeräumt hätte. Aber naja, die Theorie hat sein Vater auch zerschellen lassen. Im Interview mit Business Insider hat er Folgendes gesagt. Meine Familie und die meiner geschiedenen Ehefrau sind nicht reich, sondern ganz normaler Mittelstand. Warte mal, ist es Friedrich Merz Mittelstand oder ist es wirklich Mittelstand? Des Weiteren distanziert sich Lutz Stratmann von Theo mit den Worten, das Verhalten, das Theo öffentlich zeigt, ist mit meinen Werten nicht vereinbar. Und ich hoffe, dass Theo wieder auf den richtigen Pfad zurückkehrt. Das ist irgendwie schon eine ziemliche Kelle. Theo, denk vielleicht mal drüber nach, ob das so das Richtige ist, was du gerade tust. Ich weiß, dass du versuchst, dir durch diesen Hate eine Reichweite aufzubauen. Das sieht man ja an dem YouTube-Kanal, den du gerade erstellt hast. Hatebaiting hat schon mal geklappt. Ja, aber seid ihr dabei bewusst, dass es auch nach hinten losgehen kann. Wenn es halt nicht klappt, ist man irgendwann als der Trottel, der sich im Internet zur absoluten Lolkau gemacht hat, bekannt. Für den sich jetzt aber niemand mehr interessiert. Was bleibt, ist halt einfach nur ein unangenehmer Beigeschmack. Und das wird irgendwann passieren. Temporäre negative Aufmerksamkeit ist kein Garant für eine erfolgreiche Internetkarriere. Wenn man dieses Hatebaiting durchzieht, muss man halt irgendwas haben, um die Leute umzustimmen und zu binden. Der Einzige, dem das wirklich perfekt gelungen ist, ist das Tanzerboot. Oh, und Lelano. Was ist eigentlich mit dem passiert? Irgendwie hört man von ihm gar nichts mehr. Oder ich hab einen Patrick gemacht und bin wieder unterm Stein unterwegs. Zurück zum Thema. Wenn Theo jetzt aber gar nicht so superreich ist, hat sich dann Steuerung F nicht ein wenig blamiert? Der NDR und die Suchbegriffstasten-Kombination äußerten sich wie folgt. Es wird die These behandelt, dass Menschen mit einem hohen Einkommen einen höheren CO2-Fußabdruck als Menschen mit geringerem Einkommen haben. Räumen aber gleichzeitig auch ein, nicht alle Protagonisten im Film können als superreich gelten. Das gilt auch für Theo Stratmann. Dem einen oder anderen schwirrt jetzt vielleicht ein Hä? durch den Kopf? Auf dieses Hä hat der NDR aber auch eine Antwort. Sein tatsächlicher beruflicher und auch familiärer Hintergrund spielen für unsere Berichterstattung keine Rolle. Auch sein Kontostand oder der seiner Familie sind dabei unerheblich. Ja? Nein. Ich widerspreche an der Stelle. Wenn man sich da jemanden hinsetzt, der das Thumbnail mit seiner Visage, sowie dem Zitat, ich scheiß aufs Klima ziert, sprich superreich in der Reportage repräsentiert, sollte da meiner Meinung nach auch zu 100% ein Superreicher sitzen und nicht eine völlig überzogene Karikatur eines zu viel Geldhabers. Ich meine, es gibt genügend superreiche Vollärsche, die wirklich mit jeder Faser ihres Körpers auf Umwelt und mit Menschen scheißen. Aber jemanden zu finden, der sich so verhält wie Theo, so überzogen und so arrogant und... Das würde in der Tat schwierig werden. Ich würde es bevorzugen, wenn man sich da wasch echter Superreiche hinsetzt und die Realität zeigt, weil da wird man auch sicherlich mehr als genug zum Kritisieren finden. Superreiche treten nicht vor die Kamera. Es gibt ein paar vereinzelte Dokus. Es gibt, glaube ich, die von der Deutschen Welle oder die WDE so. Vor sechs Jahren, wie ticken Supermillionäre und sowas. Und in der Regel ist es so, sobald die sehr viel Geld haben, hören die auf, vor Kameras zu sprechen. Die Leute, die vor Kameras sprechen, sind immer Poser oder komplett gestörte Psychopathen. Das wirkt dann nämlich auf mich und viele andere so, als würde man einfach nur sein Narrativ völlig auf Krampf durchbringen wollen und man dabei sogar auf Richtigkeitsansprüche verzichtet, weil es so eben eine wunderbare Story abgibt. Also Elon, naja, komplett gestörter Psychopath halt. Der ist ja Psycho, oder? Versteht mich nicht falsch, der Anspruch und das, was STRG-F im Kerne vorhatte, war keine schlechte Idee. Und auch der These, dass Superreiche einen höheren CO2-Abdruck haben, nachzugehen. Der Musk hat jetzt irgendwie auf Twitter oder ehemals Twitter dafür geworben, die AfD zu wählen. Kein Joke. Ist in meinen Augen nicht verkehrt. Aber so macht man sich halt irgendwie lächerlich, finde ich. Es wurde zu keinem Zeitpunkt in der Reportage darüber aufgeklärt, dass er möglicherweise, oder vielleicht auch sehr wahrscheinlich, gar nicht superreich ist, durchgehend aber der Eindruck erweckt, als wäre das eine in Stein gemeißelte Tatsache. Das sollte ein Format des Öffentlich-Rechtlichen bitte nicht machen, meine Meinung. Es wirft halt ein schlechtes Licht auf den Kanal STRG-F. Die sind irgendwie sowieso so ein bisschen Hit or Miss, finde ich. Mal kommen richtig gute Reportagen bei rum und im nächsten Moment möchtest du einfach nur noch ins Kissen reinbrüllen. Um es nochmal kurz zu fassen, der Repräsentant eines Themas sollte das Thema vielleicht auch wirklich repräsentieren. Kommen wir aber auch mal zum letzten Part dieses Videos. Theo Stratmann hat mich angepöbelt. Ich denke, das können wir in Kürze abhandeln. Theo hat mir einfach drei Audios geschickt. In der einen hält er mir einen Vortrag über Champagner. Ich denke, das wird euch in ungefähr so sehr interessieren, wie mir euer Richtigkeit in seinen Videos. Deshalb verschoben. Hau mal, Theo Stratmann, deine Telefonnummer. Nicht euch damit. Die anderen beiden Audios sind aber... Ach nee, scheiße, das kann man ja auch über andere Plattformen machen. ...was schon etwas interessanter. Theo wirft mir vor, dass ich viele Falschaussagen über ihn getätigt habe. Welche? Er hat er nicht gesagt. Darf ich dann wohl raten. Und das, obwohl ich ihm angeboten habe, mein Video über ihn zu löschen und ihm eine Flasche Champagner zu schenken, wenn er mich widerlegen kann. Komisch. Im nächsten Satz droht er mir mit einer Abmahnung. Aber nicht wegen Falschaussagen, die er mir vorwirft, sondern weil ich ihn nicht verlinkt habe. Theo Stratmann, Medienprofi. Ich solle das jetzt machen, ansonsten muss er mich leider abmahnen. Weil das halt gegen die Richtlinien ist, seiner Aussage nach. Da ich die Audio jetzt fast zwei Monate später erst gehört habe und bei mir keine Abmahnung reingeflattert ist, gehe ich davon aus, dass es einfach nur ein Blöff war. Also mal abgesehen davon, dass die Sachen, auf die ich Bezug genommen habe, verlinkt waren, nämlich STRG F und ALPHA Kevin. Ähm, ich habe deinen Namen genannt und wo das zu finden war. Theo, das, was ich da gemacht habe, nennt sich Kleinzitat. Das war ein nicht wissenschaftliches Werk für einen nicht wissenschaftlichen Post. Deinen Namen zu nennen ist in diesem Fall völlig ausreichend. Zeig mir mal die Richtlinie, die von mir verlangt. Abmahnung. Ich in die Beschreibung zu packen. Quellen haben ein paar wunderbare Funktionen. Transparenz und vor allem vor Plagiaten schützen. Deshalb gibt man Quellen an, wenn man sich Passagen wörtlich oder sinngemäß zu eigen macht in wissenschaftlichen Werken. Ich zitiere mal kurz. Für die Quellenangabe selber gibt es keine festen Regeln. Wenn aus dem Zusammenhang deutlich wird, aus welchem Werk zitiert wird, kann sie auch entfallen. Wir reden hier übrigens immer noch über Kleinzitate. Normalerweise ist eine Angabe erforderlich, die es dem Nutzer möglich macht, das Werk, aus dem zitiert wird, eindeutig zu identifizieren und das Zitat dort zu finden. Da kannst du mich abmahnen, wie du lustig bist. Das Anstandshalber habe ich dich jetzt aber trotzdem verlinkt. Das mache ich auch normalerweise. Ich habe es bei dem Video halt einfach vergessen. Muss ich ehrlich sagen. Ändert aber nichts daran, dass du mir rechtlich wahrscheinlich nicht so viel damit kannst. In der dritten Audio flammt Theo rum und bezeichnet mich als ekligen Großkotz. Es gibt Dinge im Leben, die muss man einfach nicht aussprechen, weil eh jeder gerade denselben Gedanken hat. Er bezeichnet mich übrigens als Großkotz, weil ich eine 40 Euro Champagnerpulle als billig bezeichnet haben soll. Oh mein Gott, Alter. Wir leben einfach in einem Zeitstrahl, der vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Ich glaube, mit der Wahl zum Präsidenten der United States of America von Donald Trump haben wir so den Zeitstrahl aufgesplittet. Und wir switchen gerade zwischen den Zeitstrahlen hin und her. Und jetzt sind wir gerade wieder in einem Theo-Stratmann-Zeitstrahl, in dem er andere Leute Großkotz nennt. Das ist ja irre. Er hätte ja sogar recht. Ein 40-Euro-Süffelchen ist in der Tat nicht billig. Aber das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass das die billigste Champagner-Sorte ist, die man auf einer Seite für billigen Champagner finden kann. Was absolut richtig war. Die Matrix flackert. So ist es. Wenn mir einer diese Karte hier, die 1000 Euro wert ist, für 200 Euro verkaufen will, sage ich, oh, das ist aber billig. Auch wenn es viel Geld ist. Relationen, mein Freund. Ich meine sogar noch mal erwähnt zu haben, dass das natürlich viel Geld ist und dass es absolut nicht klar geht, sowas zu machen. Aber wenn man sich ein Image als superreicher Verschwender geben will, wirkt es halt eigenartig, wenn man das Billigste des Billigen von... Ich hoffe, wir kommen irgendwann auf den Zeitstrahl, wo wir die Klimakrise besiegt haben. ...ein Produkt nimmt. Versteht ihr, wie ich meine? Mal abgesehen davon, dass es sowieso befremdlich ist, sich ein Image als Verschwender zu geben. Für Superreiche ist das nicht viel. Und das Ziel des Flexes war es ja, uns aufs Auge zu drücken, wie viel Geld er verschwenden kann, weil er so viel Geld hat. Es ist halt so oder so daneben, so einen Umgang zu pflegen. Ich glaube, darüber können wir uns alle einig sein. Wenn ich damit angeben will, dass ich ein Felsbrocken hochheben kann und dann unter Getöse und Geschreien Kieselsteinchen anhebe, mache ich mich doch lächerlich damit. Dieses Video war irgendwie unheimlich belanglos und sinnbefreit. Aber hey, stumpfe Unterhaltung ohne Wert für irgendwen darf doch auch mal sein. Vor allem, wenn man sich die letzten paar Videos immer nur mit Kopfschmerzthemen befasst hat. Kopfschmerzen kriege ich auf jeden Fall von dem Strattmann auch. Aber der Hype darum ist ja mehr oder weniger weg. Ist ja vorbei. Werbeet Bis zum nächsten Mal.